Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Hier zeige ich euch von Reebok den EasyTone Pride Walking Schuh. Mit seinem Obermaterial aus Leder und dem klassischen Design sieht er auf den ersten Blick wie ein modischer Sneaker aus. Dass du damit aber auch ein kleines Fitnessstudio am Fuß trägst, sieht man ihm gar nicht erst an. Die EasyTone Luftkissentechnologie sorgt bei jedem Schritt für ein leichtes Ungleichgewicht. Deine Muskulatur gleicht dieses aus und sorgt somit für einen zusätzlichen Trainingseffekt. Besonders die Waden-, Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur kräftigst du beim Walken oder im Alltag dabei mehr als in einem normalen Schuh. Zunächst wird das vielleicht etwas ungewohnt sein und es ist auch wichtig, die Muskulatur Schritt für Schritt an die neue Belastung zu gewöhnen. Das neue, spannende EasyTone Laufgefühl wirst du schnell nicht mehr missen wollen. Der Schuh sitzt mit seiner angenehmen Passform nicht nur fest am Fuß. Die zusätzliche Beanspruchung deiner Muskulatur gibt dir auf doppelte Weise das Gefühl, deiner eigenen Gesundheit etwas Gutes zu tun. Der Reebok EasyTone Pride wird dich als Walkingschuh genauso begeistern wie als effektives Trainingsgerät im Alltag. Du bekommst ihn in allen Runnerspoint-Filialen oder gleich hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.